Hallihallo! Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Minecraft Atlantis! Yeah! Okay. Ja, diesmal habe ich nicht auf Full-Size, weil... Minecraft, entweder ist Minecraft blöd oder mein Rechner ist blöd. Oh, das kann auch beides sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall geht das jetzt irgendwie nicht mehr. Es läuft nicht mehr so flüssig wie bei der letzten Aufnahme. Keine Ahnung wieso, ich verstehe das überhaupt nicht. Geht gar nichts mehr. Ähm, ja. Das soll mal jemand verstehen, warum das jetzt nicht mehr geht. Gut, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist das Mikro da, aber ich nehme gerade nicht mit dem Mikro auf, weil ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich muss dann noch... Muss nicht, aber ich wollte unbedingt noch eine Aufnahme machen, mal eben. Und mit dem Mikro müssen wir erstmal gucken. Der Momo und ich wollten das ausprobieren, wie das so läuft. Und... Ja, wie sich das anhört, ob es dann wirklich eine Verbesserung ist. Wir haben diese T-Bone... Hast du nicht gesehen? Dinge da. Weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Ja, auf jeden Fall bin ich nachher gespannt, wenn wir da rumfummeln, wie das dann laufen wird. Weil wir haben ja... Wir haben noch nichts zum Hinstellen. Ähm... Wir haben ja nur diese komische Spinne, wo das Mikro reinkommt. Dann den Kabel, damit man das anschließen kann. Und... Mehr dann auch nicht... Oh... Den Weg muss ich mir schön offenhalten. Ja... Damit wir nachher hier schön rauskommen. Ähm... Ja, dann fange ich am besten hier hinten an der Ecke an. Ja, jetzt Gestern hatte ich so jetzt Also momentan haben wir so 28, 27 Ein bisschen weniger FPS Und Gestern hatten wir das ja bei Full Size Ich nehme aber gerade mit Half Size auf Also Verstehe ich nicht so ganz Wieso der Rechner das so macht Oh, oh, nein, 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 nein Okay, an der Decke rumschweben ist doof Ja, irgendwie will ich jetzt hier Das Wasser veräppeln Was soll denn das hier Wollt ihr mich doch jetzt hier Wollt ihr mich hier auf den Arm nehmen oder was Also ich meine jetzt das Wasser Und ich habe neue Musik Ja, eine neue Playlist Irgendwie so was Dschungelmusik mäßiges Ja, was gibt es denn sonst noch Sozusagen Ja, wenn wir das hier fertig haben Dann können wir unseren Tunnel weiter ausbauen Den wir ja da hinten Irgendwo da hinten haben Der ist ja markiert mit so einem Smart Block Dingen da Ja, wenn wir das fertig haben Ja, dann wollte ich ja noch den Boden Ausbauen da hinten in den Gemeinschaftsraum Und hier ja auch Ah, jetzt geht es weiter Okay Ich habe schon gedacht, jetzt zu Ende Toll Das wäre super Ähm, ja, ja, ja Okay, das sieht schon mal Sieht das gut aus? Ja, wäre gut Wir haben noch ein ordentliches Stück vor uns Bis wir das Wasser ausgelöscht haben Mal gucken Vielleicht muss ich ja sogar noch die Wand neu machen Eine andere dahin Weil Wenn ich dann schon den Boden so So, so, so Symmetrisch mache Kann man das ja auch mit der Wand machen Oh, es hat geklingelt Ich hoffe, es geht jemand an die Tür Mal schauen Also ich bin gespannt Ich habe mir schon überlegt Wir nehmen dann vielleicht irgendwie den Rissigen Sandsteinziegel oder sowas Den könnte man ja dafür nehmen Mal gucken, wie es dann aussieht Ich habe es noch nicht ausprobiert Ich habe es mir nur so überlegt So, das könnte man vielleicht machen Oh, nein, nein, nein Da wollte ich keine Lücke haben Weil das wäre blöd Habe ich da jetzt eine Lücke gelassen? Nein, habe ich nicht Oh, Glück gehabt Puh Okay Ja, und hier sollten auf jeden Fall auch noch Stühle und Tische Oh, jetzt habe ich da Ja, was freigelassen Hier sollten auf jeden Fall Tische, Stühle und sowas hier rein Aber hier kommt keine Küchenbar Da könnte man Was könnte man denn da rein machen? Mal schauen Da habe ich jetzt keine spontane Idee So, und Ah, der Raum wird immer kleiner Das ist schon mal sehr, 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 sehr gut Da, und dann da, 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 da Oh, 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 nein, nicht Lücke Nicht Lücke Okay, gut Da, 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 da Und hier, und hier, und hier Und da, da, da Da, 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 da Oh, da darf jetzt keine Lücke? Ja, gut Puh Okay So, mal gucken Vielleicht kann ich ja dann in der nächsten Aufnahme Wenn Minecraft oder der Rechner es zulassen Auf Fullsize sogar aufnehmen Mit Flaps Wenn der Rechner das hinzulässt Oder Minecraft Ah, und es ist sogar Texturenpaket abhängig Ähm, die Der Momo hat ja das Meine Kraft Ich habe ja das Summerfields Und Er konnte gestern, wo ich aufgenommen habe Mit Fullsize Wo ich das ja herausgefunden habe Dass es auf einmal geht Weil wir haben ja das mit dem Drei Speichermedium Medium Mediums Hat er das auch probiert Ob das bei ihm geht Und das geht da überhaupt nicht Das hat ja gar nicht funktioniert Gut, bei mir hat es ja so halbwegs funktioniert Okay Ne, das machen wir so lange weg Ja, gut Hat das irgendwie gar nicht funktioniert Bei mir hat es funktioniert Ich konnte auch Fullsize aufnehmen Ohne Flaps aktivieren Hatte ich knapp Boah, keine Ahnung Lass mich raten Ah ja, genau 120 Und dann hat er gemacht Und dann hatte er irgendwie nur noch 60 So, jetzt können wir wieder alles hier wegmachen Und dann sind wir eigentlich Was ist das hier eigentlich mit Glowstone und so Sind wir dann eigentlich schon fertig Ja, wir sind dann schon fertig Und dann könnten wir dann unseren Tunnel schon weiterbauen Und dann, ja, ja Dann können wir das mit den Stühlen machen Oh, da hinten ist schon das Ende So, oh nein, 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 nein Oh, Glück gehabt Puh, ich habe schon gedacht Da kommt jetzt Wasser rein Oh, gut Das ist nicht der Fall Äh, eigentlich müsste doch langsam mal meinen Ich habe mir meine Stoppuhr hier angemacht Den Alarm Aber irgendwie kommt da jetzt nichts rüber Ich weiß nicht wieso Oder ich bin jetzt so schnell geworden Okay, gut Ich habe nur noch eine Minute Dann geht der Wecker los Okay Warte mal, was ist denn das hier? Ah, 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 ah Okay Okay Gut, mal gucken Wann der Wecker denn dann endlich losgeht Wir haben nämlich 18 Uhr 36 Und der müsste um 37 losgehen Gut, dann mache ich dann Wenn ich dazu komme Mache ich das dann hier offscreen weiter Ja Oh, nein, nein, nein Oh, was ist denn da? Ah, da ist unser Straßending Oh Redstone wollte ich da jetzt nicht drin haben So, okay So geht das doch Ja Oh, jetzt komme ich hier nicht raus So war das doch Ja, okay Nein, 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 nein Okay, tschö Ja, okay